Hallo Freunde des gepflegten Trendhandels, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wir haben ein neues Intro, es soll unsere Philosophie noch ein bisschen besser widerspiegeln, kurz, knackig und einprägsam. Unser Kanal ist durchaus etwas besonderes, denn ihr werdet kaum einen anderen Kanal auf YouTube finden, der euch so viel Trading-Know-how anbieten kann. Sicherlich, auch wir sind nicht immer perfekt, wir sind auch nur Menschen, beim Trading gibt es keine 100% Perfektion, man muss als Trader immer Entscheidungen unter Unsicherheit treffen, das lässt sich nicht vermeiden und das ist vielleicht auch das Spannende an der Börse, dass es nicht immer zu 100% funktioniert. Unsere Aktienempfehlungen zeichnen sich nicht durch langatmiges Palava aus, so ist es nun mal, wir können euch aber garantieren, dass wir niemals eine Aktie empfehlen, von der wir nicht überzeugt sind. In einem, ich sag mal, ziemlich aufwändigen Ausleseprozess suchen wir ausschließlich Aktien, die einen soliden Trend aufweisen. Und wer kennt das nicht? Man sieht einen Trend, Position steigt und man möchte jetzt in die Position hinein und gleich danach dreht aber der Markt und die Position läuft ins Minus. Sehr ärgerlich, aber genau das versuchen wir mit unserem Ausleseprozess zu vermeiden. Die Trends, auf die wir fokussiert sind, zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Trendstabilität aus. Auch wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft bringen wird. Das weiß keiner. Trotzdem bieten wir euch einen statistischen Vorteil an, der sich aus einem programmierten Algorithmus ergibt und alle besprochenen Aktien haben, ich sag mal, unsere definierten Eigenschaften. Insgesamt gibt es meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, neun Auswahlkriterien, die teilweise eigentlich schon ein bisschen komplizierter Natur sind. Und das hat aber den Effekt, dass unsere ausgewählten Aktien in der Regel auch eine relative Stärke zum Gesamtmarkt besitzen. Kurs- und Handelsvolumen sind immer im Einklang und zeigen damit auch eine starke Nachfrage. Vielleicht wird der ein oder andere ein paar fundamentale Argumente vermissen. Nun, wir führen ja mit unserer Software, wir scannen ja mit unserer Software die Aktienmärkte und erhalten dadurch diese Trendaktien. Und diese Aktien sind natürlich durch diesen Auswahlprozess keine Newcomer. Die Aktien befinden sich bereits in einem Trend oder zeigen starke Anzeichen für eine neue Trendbildung. Und welche fundamentalen Argumente dazu führten, dass der Kurs in einen Trend übergeht, das wissen wir natürlich nicht. Meiner Meinung nach ist das aber auch in dem Sinne zweitrangig, denn was nützt mir eine ganz tolle Aktie, wenn sie sich nicht von der Stelle bewegt. Die muss ja irgendwie, damit wir Gewinne erzeugen können, muss sie sich ja bewegen. Und wir zeigen euch tolle Werte und der Rest liegt dann eigentlich bei euch. Wenn ihr unseren Empfehlungen nachkommen wollt, dann müsst ihr eigentlich nur noch den Ausstiegspunkt und die Positionsgröße definieren. Und das ist aber besonders wichtig und auch entscheidend, ob man jetzt langfristig Börsengewinne einfahren kann damit. An der Aktienauswahl liegt es auf jeden Fall nicht, falls der Börsenerfolg ausbleibt. Um die Aktien zu handeln, benötigt ihr, ich sag mal, kleine, gewisse Grundkenntnisse der technischen Analyse. So kann man zum Beispiel unsere Empfehlungen sehr gut mit dem bekannten MACD-Indikator handeln. Hierzu empfehle ich allerdings eine robuste Einstellung. Und wer die Trades noch professioneller angehen möchte, den empfehlen wir unser Online-Seminar für den Trendboden. Dort zeigen wir den Auswahlprozess und den exakten Ablauf für den Ein- und Ausstieg aus einer Position. Den Link habe ich euch in der Beschreibung nochmal zum Video hinzugefügt. Wir benutzen für den Börsenhandel durchaus Indikatoren. Man sollte allerdings wissen, wie diese Indikatoren funktionieren und welche Eigenschaften sie mitbringen. Grundsätzlich sind Indikatoren ja immer nur ein Abbild des Kurses. Man kann allerdings den Indikator durchaus reaktionsschneller oder langsamer einstellen. Das funktioniert über das Momentum. Ich rede hier über den Kursschwung und der ist immer ein Abbild des Kurses. Wenn wir also einen Trend beobachten, dann können wir anhand des Kursschwungs durchaus auch das Ende eines Trends vorwegnehmen, erahnen. Insofern kann das Momentum durchaus ein Vorläufer des Kurses sein. Kommen wir nochmal zu dem Trendhandel. Wenn wir einen Indikator für den Trendhandel benutzen wollen, dann muss er durchaus träger eingestellt sein. Also langsam. Wir wollen nämlich möglichst lange den Trend surfen und den potenziellen Gewinn maximieren. Wenn wir nämlich im Trend sind, dann darf nicht jedes kleine Kurszucken zum Schließen der Position führen. Wenn ich allerdings in eine Position einsteigen möchte, dann kann es durchaus attraktiv sein, einen schnellen Indikator zu benutzen. Das gilt dann besonders, wenn wir auf Nachrichten reagieren wollen. Ein optimaler Indikator wäre also schnell und langsam zugleich. Das ist ein Widerspruch. Wie soll denn das gehen? Es geht trotzdem. Jetzt zeige ich euch mal mit dem MRCD einen Trick, wie ihr schnell eine Position eröffnen könnt und trotzdem die Vorteile eines Trends ausnutzen könnt. Los geht's! So, legen wir mal gleich los mit dem MRCD-Trick. Und das Grundprinzip ist ganz einfach. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine gedankliche Long Positionierung im S&P 500 und ich mag es, wenn ich grundsätzlich Long Position angehe. Das Prinzip funktioniert. Der MRCD-Trick funktioniert natürlich auch, wenn ich eine Short Position habe. Dazu aber später mehr. So, wir haben jetzt hier oben den Wochenchart eines S&P 500 und unten drunter den typischen MRCD. So, ich habe jetzt aber hier eine besonders kurze Einstellung gewählt, nämlich 8, 18, 6. Normalerweise ist 12, 26, 9 die typische Einstellung, die fast alle wählen. Also ich habe jetzt hier eine schnelle, kurzfristige Einstellung. Und der Vorteil ist, dass ich relativ einfach in eine Position komme, weil nämlich die Überkreuzung des sehr dicken schwarzen Linie und der grau-blauen Linie relativ häufig vorkommen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich hier eine kurze Einstellung vornehme. So, Beispiel. Ich kaufe jetzt an dieser Stelle. So, und nun muss der MRCD so weit hochlaufen über die Nulllinie. Das ist wichtig. Gibt es davor eine Überkreuzung, also vor der Nulllinie, dann steige ich aus der Position komplett aus, dann ist irgendwas schief gelaufen. Das stimmt irgendwas nicht. Richtig ist oder gut ist es, wenn der MRCD über die Nulllinie kommt und dann interessiert mich die Überkreuzung, nämlich an dieser Stelle gar nicht mehr. Ich orientiere mich dann nur noch an der Nulllinie, an der schwarzen Linie und der Nulllinie, wenn die schwarze Linie die Nulllinie von oben nach unten kreuzt. Und hier steige ich dann aus. Das heißt also, ich habe einen kurzfristigen MRCD, den ich für den Einstieg mit einer Überkreuzung wähle, einer schnellen Überkreuzung. Aber wenn ich meine Position schließe, dann nehme ich sozusagen eine lange Einstellung, also eine dauerhafte Einstellung, nehme ich dann, wenn der MRCD die dicke schwarze Linie, die Nulllinie wieder durchkreuzt. Und dann habe ich nämlich ein endgültiges Signal, das ich also auf unbedingt aussteigen muss. Es gibt natürlich hier, da kann man noch mal so eine feine Justierung vornehmen und noch eine Möglichkeit an dieser Stelle, an dieser Stelle, auch an dieser Stelle. Da findet nämlich jedes Mal eine Überkreuzung statt. Und zwar von den kleinen Linien hier. Da kann ich also eine Teilposition sozusagen, also Teilgewinne mitnehmen. Nicht die komplette Position schließen, sondern ein Teil davon. Also ich also kleine Gewinne mitnehme. Und das kann ich jedes Mal machen. Das kann ich an dieser Stelle, an dieser Stelle, an dieser Stelle oder auch an dieser Stelle. Hier findet nämlich auch nochmal eine Überkreuzung statt. So kann ich also meine Position, ich weiß, dass der Trend lange laufen, also ich hoffe, dass der Trend lange laufen wird. Aber ich weiß natürlich auch, je länger er läuft, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend auch irgendwann mal schwächer wird. So und ich kann also an diesen Stellen immer einen Teilgewinn mitnehmen. So und hier habe ich also, sag ich mal, das Grundprinzip verwirklicht, dass ich einen schnellen Indikator kombiniere mit einem langsamen Indikator und alles an einem zusammengefügt. Ja, und das ist sozusagen das Wesen, das Wesen des guten Tradings, des guten Trendhandels. Also hier habe ich jetzt beispielsweise wieder eine Überkreuzung, komme in den Trade hinein. So und nun schaue ich, dass der, dass der MACD auch wirklich die Nulllinie durchschreitet. Das tut er, ohne vorher eine Kreuzung der grau-blauen Linie vor sich vorgenommen zu haben. Und nun weiß ich, aha, ich bin in einem Trend. Ich muss die Position laufen lassen. Und ab jetzt gilt sozusagen, die schwarze Linie, dass sie also die Nulllinie wieder durchkreuzt. In dem Falle wäre ich jetzt an dieser Stelle positioniert, in einer Long-Position und bin voll drin in dem Markt und hoffe, dass der Markt also noch weiter nach oben läuft. Hier hätte ich also schon mal die erste Position, einen ersten Teilgewinn mitgenommen an dieser Stelle. Und das wäre also durchaus attraktiv gewesen, weil wir natürlich auch schön im Gewinn schon wären. Das Ganze lässt sich natürlich auf viele unterschiedliche Märkte auch übertragen das Prinzip. Hier ist es jetzt einfach mal Gold. Dargestellt ist jetzt der Gold ETF GLD. Das ist ein mechanischer ETF. Und hier wäre jetzt eine Einstiegsposition. Ich gehe davon aus, dass ich lang bin. So und halte meine Position so lange, bis die Nulllinie sozusagen durchstoßen wird. Damit ändere ich den MACD-Modus. Und jetzt geht sozusagen die Nulllinie als Verkaufslinie. So und die schwarze Linie kreuzt hier nicht. Also ganz knapp ist sie noch davor. Hier hätte also theoretisch nur ein Verkauf stattfinden können, wenn die schwarze Linie die Nulllinie durchkreuzt hätte. Hat sie aber nicht. So und der Markt läuft hier wunderbar weiter und wir sind weit davon entfernt, dass jetzt die MACD-Linie die Position schließt. So und wenn man sich mal anschaut, wir werden jetzt wunderbar in dem Trade drin gewesen und hätten sozusagen die komplette Welle mitgenommen, die lange Welle, den langen Trend und wir werden wunderbar positioniert und wir hätten immer kleine Ausstiegspositionen hier gefunden an dieser Stelle, an dieser Stelle, hier, hier und hier. Hätte man Teilgewinn mit Namen machen können. Wunderbar, um einfach so ein bisschen immer auf der sicheren Seite zu sein und eben halt Gewinne mitzunehmen. So hier haben wir jetzt mal die Ausgangssituation. Mal einen schlechten Chart. Also das ist jetzt ja Euro, US-Dollar und hier wäre jetzt mal die Short-Position interessanter gewesen. Und wenn man sich mal die Abwärtsbewegung anschaut, das ist zwar relativ konstant in der Abwärtsbewegung, aber viel Dochte, viel Lunden. Das ist nicht hier schwunghaft. Das ist einfach nur so ein Heruntertropfen. Das ist eigentlich ein sehr schlechter, sehr schlechter Trend, Abwärtstrend zum Handeln. So und wenn wir jetzt mal schauen, dass wir jetzt in den Markt hineinkommen, die früheste Position wäre jetzt mal hier gewesen. Ja, dann wäre hier oben eingestiegen. Der Markt fällt jetzt herunter. Wunderbar, das wäre es noch der beste Weg gewesen. Also die beste Abwärtsbewegung. So und jetzt halte ich die Position so lange, bis ich an dieser Stelle, hier kommt man über Kreuzung, dann hätte ich also hier meine Position geschlossen. Wäre schön im Gewinn gewesen. Weitere Einstiegspunkte, wenn ich also weitere Signale abwarten hätte wollen, dann hier beispielsweise oder hier hätte ich einsteigen können. Das wäre an dieser Stelle. Ja, also es funktioniert sowohl in der Aufwärtsbewegung als auch in der Abwärtsbewegung ziemlich perfekt und immer alles nur mit dem MACD-Indikator umgesetzt. In der Einstellung 8, 18, 6. Ja, wenn euch der Trick gefallen habt, dann abonniert doch einfach mal den Channel, einfach den roten Button unterhalb des Videos drücken und dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei, wenn es weitere Tricks innerhalb der technischen Analyse gibt. Das war es eigentlich auch schon für heute. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video und grandiose Trades. Euer Christian.